Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Der hat sogar eine Dreierweste gefunden. Puh. Jetzt habe ich ihn einmal getroffen. Ich habe auch keinen Helm mehr. Das ist nicht so cool. Und ich glaube, hier hat auch jemand angehalten irgendwie hinter mir. Wupp, wupp, wupp. Irgendwo ist hier einer. Die Fimpermonie? Ja, weil ich gleich die Scar wieder spielen will. Ich will die Arkham nicht. Ah, guck mal. Guck mal. Ey, guck mal. Der hat nicht mal Reifen. Pum, pum, pum. Da ist er tot. Was ist das für eine Waffe? Ist das diese Barrel? Ah, der legt sich hin. Der legt sich hin. Ich brauche auf jeden Fall ein Auto von denen. Oder ich möchte eins haben. Ja, der legt sich hin. Er hat ihn auch gekillt. Okay. Oha, wie viele Leichen da jetzt liegen müssen. Vier Leichen, oder? Ja. Den noch mitnehmen. Ach, da habe ich schon. Cheek Pad. Ah, der fährt. Okay. Okay. Zur Not hätte ich jetzt einfach sein Auto zerschossen. So, auf in Dacia. Fuck, Mann. Der hält mich jetzt lange auf. Komm. Begut. Leider keine richtige Deckung hier. Sollte ich zu den unteren gehen. Ei, 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 ei. Wenn du die runter wirfst, dann geht der Boden kaputt und nicht das Telefon an sich. Abra-Kadabra. Heißt der hier. Cool. Jetzt kommt noch der Typ hier von den Häusern an. Der ist auf jeden Fall nicht mehr mit drin. Liegt sogar eine Leiche. Hat der den überfahren dann? Ja, komm. Millimeter pieken. So einen ganz kleinen. Kollege, die Zone kommt. Also, eins von beiden musst du jetzt machen. Entweder piekst du jetzt, kriegst du einen Headshot oder du gehst los und kriegst dann später einen Headshot. Okay. Dann piekst du und kriegst einen Headshot. Hat er sich für die erste Variante entschieden. Der hat ja auch gar nichts hier. Cool. Da vorne läuft einer und oben auf dem Dach. Wieso schießt der nicht mehr? Der hatte doch den Spot jetzt gerade auf den Typen, oder nicht? Hat sich dann wieder hingelegt. Genau das meine ich. Pieken, Leute. Wie er noch da steht und piekt. Fuck, ich würde ihn treffen müssen. Fuck. Wenn er klar wäre, ist, pusht er jetzt. Ich brauche seine Weste. Und ich werde den Hügel oben einnehmen. Oh, ich muss mich beeilen. Fuck, fuck, fuck. Wir haben noch vier Leute. Weste, Weste, Weste. Und den Helm am besten auch. Hatte zwar eine große, aber scheiß jetzt drauf. Ich muss den Hügel haben. Wenn ich den Hügel habe, bin ich OP. Fuck, da ist schon einer oben. Bulgaria. Okay. Ich habe es준. Oh, exploitation. Oh, der ist nicht dran, weil ich nichts versuche das zu verdến. Ich mache es dann weiter. Weiß nicht, ob ich hinter mir gerade Steps gehört habe. Ich hoffe nicht. Da unten. Sehr gut, dann weiß ich, wo der letzte jetzt ist. Kann ich mich nochmal schön hochheilen und dann nade habe ich auch noch zwei, drei Stück. Der muss zu dem Baum rennen, dann werde ich den Baum zunaden. Und ich werde mich kurz mal hochheilen, dass ich nicht einen Schuss in den Kopf tot bin direkt. Kann ich schön auf Zeit und Save spielen. Mit meinen 15 Kates. Okay, machen wir es einfach so hier. Aber das war doch nochmal eine schöne Runde. Hey YouTube, was geht? Die können wir auch noch nehmen. GGs. Oh.